Worship, Dreadful Light, Track by Track und Track Nr. 4 auf unserer Blackout-Authie. Wir hatten einen 2-Minuten-Song übrigens, also in 2 Minuten geschrieben, obwohl der Song halt über 3 Minuten geht. Aber ich bin in 2 Minuten geschrieben. Wir hatten unsere Deadline kurz vor Silvester. 28.12. war das. Und wir hatten den 27. glaube ich. Weil ich hatte diese Akkorde, hab die gespielt, diese Intro-Akkorde. Verdammt, da muss ich noch einen Song draus machen. Und dann hab ich den richtig reingeprügelt und hab das dann geschafft, den bis zum 28. zu schreiben. Stimmt, da hast du auch so einen Songwriting-Day gemacht. Genau. Ja, richtig. Und da musstest du mal für kleine Königs Philips. Und da hast du dir die Bridge geschrieben. Nicht zu vergessen, mein Kazoo. Ja, dieser Kazoo-Einsatz war großartig. Es war schwierig, aber sie hat's reingeschafft. Also ich hab das großartig gemacht. Also sie ist irgendwie drin. Vielleicht findet man sie hier. Wenn ihr den Track mal hört, dann achtet besonders auf die Kazoo. Auf das Kazoo. Den Kazoo. Und die Kazoo. Und ihr werdet sie hören und lieben. Ganz besonders lieben. Sch philosophisch. Die met ob er nicht destruct.- Und er passé an. Vielen Dank.